Ein richtiger Scheißtag. Und wenn ich so einen richtigen Scheißtag hatte, dann will ich einfach nur ganz alleine, in Ruhe und konzentriert, fernsehen. Es ist ein großes Geheimnis. In Wahrheit wissen wir nicht viel über unseren Vorfahren, den Neandertalern. Was für ein Scheißtag. Bis auf Knochen, Gräber und Ölmalerei. Wenn Claudia einen richtigen Scheißtag hatte, dann will sie nicht allein sein. Nein, dann will sie kuscheln. Und sie will sich auch nicht konzentrieren, sondern sich mit möglichst vielen verschiedenen Dingen ablenken. Vor allem aber will sie keine Ruhe. Sie will ganz viel reden. Es gibt echt so ein paar Männer im Stuff. Die denken, ich habe einen Massagesalon. Und das nur, weil ich eine Frau bin. Ich leite die verdammte physiotherapeutische Abteilung. Ohne mich wäre die Hälfte der Spieler. In letzter Zeit habe ich häufiger das Problem, dass ich Knochen ja nicht verstehe. Also ich meine, akustisch. Ich sehe, ihr Mund bewegt sich, aber bei mir kommen keine Worte an, sondern nur laute. Wie bei einer Fremdsprache, zu der mir die Untertitel fehlen.